Ich weiß nicht, aber ich habe überlegt, ich mache einfach mal ein Let's Play, Earray, wir gehen jetzt hier direkt in den Draft rein und ich würde sagen, wir Draften einfach mal und nebenbei ist ein Draft, es ist ein Draft, ähm, First Fix hier auf jeden Fall die Sarra-Engel, sehr, sehr gut, Later ist großartig, Traxxus ist ein bisschen Build-A-Row, ein bisschen mehr an mir, das heißt, hier ist erstens, das ist, glaube ich, die beste Karte, hier ist, man spielt ja gegen KI, also gegen nicht echte Leute, ähm, das braucht man nicht, Do you ever look at someone and wonder, what is going on inside? Oh, hello! Oh yeah, Waluigi! Hm, huh, huiieeeee! All right, es wird wahrscheinlich die em' ja schon gut, ich würde einen habitual probieren mein engel die beiden sind gut Oh, hello there! Aber ich würde wahrscheinlich einfach eine Degendation haben. Ist nicht so richtig für meine Farben. Also den kann ich nehmen. Ist aber nicht so richtig. Ich glaube ich nehme den schlecht. Ich habe einen Degendation. Ich habe einen Degendation. Ich habe einen Degendation. Ich habe einen Degendation. Und du bist gay. Du hübschst Fakes. Ist auch eine schwarze Tarte. So schlimm. Okay, jetzt wäre das kein Flight. Das ist ein Exit. Aber ich habe auch einen Opt. Ob ich immer wollte. das ist nicht so das ist nicht so das ist nicht so das ist nicht so okay 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 all of so baby if you are not ready for my kiss then you fuck holy moly suck wow actually you can wear my let's say that's the only spellbar I know i원이 i I I I die können wir auf jeden Fall gut nutzen hier haben wir den Schwarzbisch ansonsten hab ich auch einfach einen Deep Freeze so small can be so impressive wake me up power meaning I love you I'm 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 Are they really I'm I I'm Fuck off! Fuck off! Okay! Der Kuma ist echt ziemlich gut. Vielleicht hier. Ich bin jetzt nicht so viel. Ich bin jetzt nicht so viel. Ich bin jetzt gar nicht so viel. Ah, ich bin jetzt ein bisschen. Okay, ich bin jetzt auch für den Flight. Aber ich hab gar nicht so viele Kreaturen. Könnte eigentlich auch ganz gut bei mir sein. Ich glaube, ich will lieber noch ein Spell haben. Also, ich nehme mal das Arcane Flight. Vielleicht krieg ich noch so einen 4-5er. No. Also, noch eine Arcane Flight. Ich will jetzt endlich nicht haben. Ich nehme dann immer die Ankammeln, damit ich für meinen... Ich nehme meine... Say some Gangster! Is this in your Fly Girl? Just give him one of these! Okay, okay! Okay, okay! Okay, okay! I'm back. I'm back. I play Pokémon Go! I'm going to ride! I- Okay! 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 Das ist gar nicht so. Ich mache mal ein. Hopp! Mal. Das ist ein rad. Er hat ein big Pokémon! So. Es ist das matter. Mist! Der ist ja eigentlich zu komplikieren. Also, wahrscheinlich... Is it real? Jetzt schwarz flash nochmal Ding dong there's a bunch of dicks at your door So let's go I'm gonna win the board here I'll win the board here Sage a bit better And Where he's going to land for the standard I think I'm not going to land He comes so badly into the rare ones That's how he is I'm not so bad And I would like to take him I'm Recarison and this is my fire check Let's go Let's go That's cool I want to land The other things Do you need to save? I don't know what I think you can't afford enough I don't know what 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 I'm looking through I'm not so bad No I can't afford enough And then I'm not so bad Let's go I can't afford enough To fire To fire Am liebsten raustun. Noch so einen hier. Glaube ich nicht, dass ich spiele. Ich nehme es mal trotzdem. Da freue ich mich. Den vielleicht. Man kann nie genug Ratten haben. Für Standard. Ankommen. Jetzt mache ich hier die letzten Cuts noch. Und das Youtube Video ist ja auch zu Ende. Oh, das Autoplay an ist ja auch großartig. Healing Grace will ich nicht unbedingt spielen. I'm stupid. Ich weiß so viele Kreaturen. Richtig. Ich glaube nicht, ich habe keine Lust mehr auf E-Ray, meine Ohren sind weh. Ja, das war das mit meiner Frau. Viel Spaß. Tschüss.